Ist das ein Schildkrötenkalb? Es ist ein Schildkrötenkalb. La, la, la. Dinge, die sie schon immer übers Wunderland wissen wollten. Es gibt Schildkrötenkälber. Und, naja, ich hab nichts dagegen, die Suppe zu essen, nur weil da Kälbchen für gestorben sind, also... Ist doch jetzt nämlich lecker. Bis zum nächsten Mal mit ein bisschen... Ah, Kalbstafelspitz. Oh, oh. So, fällern wir eine lustige kleine Schnauze. Ich will ein bisschen mehr Action. Ich glaube, ich werde das Spiel doch vielleicht auf normal irgendwann umschalten. Aber das wird noch früh genug so schwer, dass ich mir wünschen würde, es nie angefangen zu haben, garantiert. Also belasse ich es erstmal bei einfach. La, la, la. Hip, hip, schweb. So, was haben wir denn hier tolles? Da darf ich rüber. Schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Schaffe ich das? Das schaffe ich, oder? Komm, komm, komm. Alles. Yes. Ah, nichts im Kleindings. Ein Zahn. Wie viele sind die eigentlich wert? Ich hab jetzt nicht mitgezählt. Hip, hip, hip. Verlade. Oh, das war knapp. So. Kommt, 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 kommt. Ich seh doch das hier wieder. Ah. Gleitender Zerfall. Tschüss. Mit euch will ich mich... Ah, ihr seid ja eh richtig ekelhaft. Ich glaub, mit denen will ich mich gar nicht aufhalten. Pfui. Learn to be more adorable. Obwohl es sich auch irgendwie ganz süß ist. Kannst du mich mal? Ich kann dir auch geschickt ausweichen. Ja. Ich bin fieser wie die Shinigami aus Bleach. Wirklich. Oh. Wie komm ich da hin? Da. Es schießt mir ein secret. Dann gehe ich nach... Tolle... Ah. Haha. Ja, secret found. Secret found. Hier auch? Oh, ne. Ich dachte jetzt an sowas. Da drüben nicht. Aber hier. Secret found, bitches. Hm. Ist diese Klinge nicht einfach nur wunderschön? Oh, und Zähne. So, wie viel bringen die jetzt? Die bringen... Ich hab schon wieder nicht aufgepasst, wie viel die bringen. Noch irgendwas? Nope. Secret, secret. Na, na. Ahem. Hör uns auf. Ich muss hier drei Tasten mit meinem linken kleinen Finger benutzen. Das ist... Doch leicht gruselig. Hier ist nichts. Dann... Auf den Fortschritt. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass Els in... Schmetterlinge zersprotzen kann? Ist ja nur sowas, worüber man mal nachdenken könnte, glaube ich. Oh, also das ist mir definitiv unbekannt. Ich mach mir Sorgen um deinen Geisteszustand, Alice. Das sieht ungesund aus. Oh, da möchte ich nicht rein. Da möchte ich nicht rein. Ah, da. Okay, okay. Tschüss. Oh. Es ist echt lecker, wie diese Köpfe rumrollen. Da hinten ist... Noch eine Erinnerung. Ja, wenn ich es richtig sehe, ist da hinten noch eine Erinnerung. Das Spiel leckt ein bisschen. Es ist gerade ziemlich viel Action auf dem Bildschirm. Und hüpf. Und... Ah, da, 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 da. Das ist ein Scheiß, ey. Ficken! Das wollte ich so nicht. Kacke. Wo kommt das Zeug über? Das sind so... Das sind Abwasserrohre, wo dieses Zeug rausgesprotzt kommt. Und ich hoffe wirklich, dass das gerade bei euch in der Aufnahme flüssig läuft. Denn, äh, bei mir... Sehe ich nur gerade bei meinem Fraps-Counter, dass es 18 FPS sind. Und das ist in der Regel kein gutes Zeug... Verdammter Scheiße, ey. Wenigstens ist es nicht allzu schlimm, in diesem Spiel zu sterben. Will mir jemand einen Death-Counter machen an dieser Stelle? Ich weiß nicht. Irgendwenn es wen interessiert, der darf es gerne machen. Okay, ich muss definitiv eine Kombination aus... Okay, nach dem Dash kann ich nichts mehr gleiten. Warum komme ich da nicht rüber? Seriously? Wow, das war definitiv ein Lack. Das sind 14 FPS. Verdammte Scheiße. Tod durch Lack. Vielleicht sollte sich Fraps erstmal wieder kurz einspüren, bevor ich so eine lustigen Jump-Passagen versuche. Ah, so. Okay, aber es ist auch wirklich gerade richtig viel auf dem Bittschirm los. Also, dieses ganze Rumgesprotze. So, jetzt lande ich hier. Fuck ey! Warum habe ich danach nur einen Sprung? Ich hätte es doch diesmal fast geschafft. Und danach habe ich eigentlich doch neue Sprünge. Hm. Guck mal, bei den anderen klappt es doch auch alles, denn... Allein das Schweben müsste mich doch schon noch überbringen. Ich habe doch gedasht, verdammt nochmal. Das akzeptiere ich nicht. Ich will da hin. Da oben ist nämlich eine Erinnerung. Die will ich haben. Oh, wow, wow. Das war ungesund. Hm. So, bitteschön. Einmal hüpfen und... Ich muss es eigentlich nur im richtigen Moment schaffen. Also, ich springe und... Ja, dankeschön, Alice. Braves Mädchen. Irgendwas Kleines hier? Nope. Ah. Erinnerung wieder. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkröten-Suppe-Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Ja, das ist wirklich eine gruselige Erinnerung. Vielleicht sollten wir sie einfach wieder behalten. Tchuuuuh. Do, 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 do. Frame Drops. Ernsthaft? Muss es bei jedem Spiel mit Jump'n'Run-Einlagen der kleine C sein, der dich dazu bringt, zu sterben. Nur weil ich gerade so inkompetent bin, ey. Wetten, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, hätte ich das schon längst geschafft. Ah, da, 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 da. Brave, Alice. Schön weiterhüpfen. Ähm. Oh. Ja. Da ist schon wieder dieses Kind. Du bleibst hier. Hm. Es ist weg. Was soll der Mist? Okay, linker Umschulter ist da. Du gehst weg. Du gehst auch weg. Ja, komm, komm. Ich hab das Kampfsystem raus in diesem Spiel. Weil es wahnsinnig gut ist. Haha, Wortwitz-Attacke. Komm, komm. Komm. Oh, Gott. Als wenn ich's gerade zum, was weiß ich, wie fehlt. Das Kampfsystem ist einfach nur gut. Es ist intuitiv. Du kannst dashen. Du weißt die Attacken raus. Oh. Es ist... Es macht einfach Spaß. Und zwar tierisch. Hula-Jahn. Hula-Jahn. Lies die Zeichen. Als fing ihr dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Beißer, um deinen Begegnungen mit dem weißen Bärtigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen. Und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Ah. Okay. Dafür sind die Zehnchen gut. Ich kann damit offensichtlich meine Waffen aufleveln. Natürlich will ich die Warpalklinge aufleveln. Oh, okay. 600 irgendwas. Zehn. Das ist... Da muss ich lange zeigen. Oh. Und da ist besagter Zug. Ähm... Hey. Ich will gern mit dem gefahren. Tschu. Der Hutmacher verabscheut mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. Ah. Dann wahl ich einfach mal davon ausgehen, dass hier alles... ...am verfallen ist. Sagen wir doch mal dezent, dass der Hutmacher... ...einen noch größeren Schuss in deiner kleinen Burnout als sonst auch schon. Obwohl das, glaube ich, kaum möglich ist. Das geht hier einfach nur kaputt. Ey, guck, da draußen tobt ein Sturm. Ich will nicht... Also, wenn das das ist, wie es in dem Kopf eines Verrückten aussieht... ...den könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in meinem Kopf ähnlich aussieht. Aber ich glaube, ein wenig weniger mit so diesem Verfallschmodder hier überall. Aber... ...doch kommt hin. Also... ...diesen leichten Knacks in der Birne kann ich definitiv nachvollziehen. Also jetzt nicht so extrem, aber doch schon ein wenig. Ach so, die Waffe ist jetzt schneller geworden. Ah, da, da... Ähm... Wo muss ich hin? Ach so, da muss ich hin. Sag das doch. Ich folge den Eisenbahnschienen per Fuß. Ähm... Ja, Hutmacher und eine Alice, die merkwürdige kleine Viecher zerpiekst. Wollen wir da hin? Ja, da wollen wir hin. Noch irgendwas? Keine Zeichen? Gut. Ich will wirklich alles in diesem Spiel erforschen. Alles erkunden. Alles... ...zerhackschnetzeln. Stirb! Und du auf! Wow, das war ein geiler Framerop. Vielleicht soll ich doch nicht so überaktiv an dieses Spiel reingehen. Lalalala, scheiß drauf. Es macht nämlich... Wow. Selbst hinter mir bricht alles zusammen. Nun ja, wenigstens wird mir gesagt, in welche Richtung ich zu gehen habe. Ähm... Ich bin eine Techno-Steinchen. Du bist eine Techno-Steinchen, ne? Techno-Steinchen. Was auch immer. Boah. Dieses... Reich ist gruselig. Und... Das ist eine Rutsche. Trau ich der Rutsche? Ich trau der Rutsche. Hii... Hüpf. Hui. Hm. Oh, Geschirr. Ah, kurz meine Erinnerung an Strecken-Geschirr. Welcher Part in Alice war nochmal mit Geschirr? Da waren irgendwelche... Also wenn ich mich jetzt an das Buch, das ich gelesen habe, halte... Irgendwelche kleinen Gnome, die hier im Geschirr gelebt haben, glaube ich. Ähm... Oder? Tatsache, Gnome. Oh, wie süß Geschirr. Versteht ihr? Weil die irre sind, die... Ah, da, da, da... Alter, da haben sie mich ja wiss. Oh, die halten ein bisschen mehr aus. Komm. Komm, 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 komm. Ey, ich bin ausgewichen. Komm her. Okay, wir haben eine Panzerung. Das dauert ein bisschen, bis die kaputt gehen. Nein, nicht dein Ernst. Alice kann feindlichen Angriffen ausweichen. Ach, ist nicht dein Ernst. So, komm her, komm her. Scheiße, jetzt hängt meine Maustasse da unten fest. Ah, du hast ein Schild. Wow. Soll heißen, ich warte, bis du angreist, weich aus und schnetze dir dann deinen verfickten Kopf ab. Du mäßig. Ich werde mir sowas von den OST von diesem Spiel runterladen. Irgendwo. Und das nervt gerade, dass meine Maus da unten zu sehen ist. Hm. Ärgerlich. Ich gehe mal kurz in die Konfiguration. Ach so, die kann ich auch hier. So kann ich das Menü aufrufen, wenn ich Waffen habe. Okay. Hallo. Das ist kacke, dass jetzt... Habe ich da so eine Glitch-Maus da unten. Egal, ich kann trotzdem noch spielen. Ich habe keine Bewegungseinschränkungen. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Immer da, wo du nicht hinguckst, Kleiner. Immer da, wo du nicht hinguckst. Hm. Komm, 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 komm. Komm. Wow. Okay, okay, okay. Ähm, der hat einen ziemlichen Sprint. Okay.